Herzlich Willkommen bei Seinundzwanzi-BauTV Heute mal wieder ein Schnappschuss vom neuen Steg über BA 19 Also von links bis hierher ist betoniert Dieses Stück ist vorbereitet dafür Und das Feld hier fehlt noch Zum Anschluss an den Steg und die Brücke Da braucht es noch ein bisschen Material Ah, ich erinnere mich Zum letzten Video hier Oder im letzten Video war vorne noch nicht betoniert Da ist also jetzt alles fertig Habt ihr vielleicht auf der Webcam gesehen Und hier geht es weiter mit Tunnelbau Stadtbahn, Tunnel Von Stadtgalerie nach Hoppenhof Und hier geht es, jetzt geht es um Ja, ich kann es nicht verletzen Ich kann es nicht verletzen Ich kann es nicht verletzen Und ich kann es nicht verletzen Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das sieht nach Abtransport aus, die Säge hat ihre Arbeit hier getan. ZDF, 2020 Ja, das sieht nach Abtransport aus. 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 Ja, das sieht nach Abtransport aus.